Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video in der Reihe Let's Play Together Co-op Portal 2. Diesmal sind mit dabei in Form von Atlas, dem blauen Roboter, Marcel. Hallo. Und hier ist wieder der Haukel in Form meines Stammroboters, dem orangefarbenen. Ja, der Jan beginnt direkt mal mit einem netten Emote, was ich nicht so lustig finde, wie ihr seht. Auf jeden Fall fangen wir jetzt einfach mal wieder an und gucken uns die Testkammer an. Und sehen, hier ist erstmal ein Schlüssel offensichtlich zu besorgen, der dann am Ende die Tür öffnet. Das seht ihr hier, da. Ja, wie kommen wir an den Schlüssel, ist jetzt die Frage. Wir sehen, da oben ist eine Box, wo die Schlüssel rauskommen und wir sehen schon, da sind zwei Energieleiter, die aktiviert werden müssen, damit oben dieses Teil da aufgeht. Wir kennen das Ganze aus dem Trailer, man muss eine bestimmte Geschwindigkeit bekommen, um entsprechend durch ein Portal nach oben fliegen zu können, in Anführungszeichen. Das heißt, der Jan, der wird sich jetzt gleich da drüben auf eine Plattform stellen. Dort. Jan, kommst du einmal? Du musst ein, dein Portal musst du hier machen. Kommt gleich. Stell dich bitte erstmal hier hin. Und ich würde sagen, verleihen wir dem Jan doch mal Flügel. Bitte sehr. Jo. Macht dir offensichtlich Spaß. Dann mach dich jetzt mal fertig, denn jetzt wirst du fliegen. Und da hat der Jan das geschafft und schon, zack. Kommen sogar mehr als nur ein Würfel. Und GLaDOS kommentiert das mit einem netten Kommentar. Jo. Da ist die Tür schon offen. Und ich würde sagen, Jan, gehen wir weiter. Und dabei werden wir mal wieder auseinandergenommen. Jo. Und ich gebe zu, ich freue mich schon auf die zweite Testkammer. Zweite? In diesem Video. Ja. Naja. Jo. Mal wieder die schönen Blueprints von Atlas. Sprachfehler. Aber. Natürlich heute, ne? Ich muss mir auch so ein Superman. Okay, hier muss, du musst es mir, ich muss irgendwer geben, was angeben. Oh. Bäm. So. Und du musst es einfach das gleiche machen. Oh. Das war ein bisschen Fail. Du musst nämlich dort auch ein Portal machen. Du schaffst es voll an die Wand zu knallen. Skill, Mann. Das ist Skill. Aua. Zeig. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Mein Gott. Das ist nicht lustig. Ich würde sagen, ich helfe dir direkt mal, indem ich jetzt hier meine Portale platziere und du machst einfach das, was ich gerade gemacht habe. Jo. Kaboing. Jo. Jetzt machst du da oben deine Portale. Nein, Mist. Ich habe dein Portal weggemacht. Verdammt. Mein Fehler. Ähm. Wo du jetzt gerade da oben bist, kannst du nochmal runterkommen. Genau. So. Ich glaube, das bringt uns jetzt aber nicht viel. Warte mal. Ah. So. Und warte. Welches Portal ist das dort? Das sieht nach... Rot aus, oder? Ich sehe das von hier nicht. Ja. Das ist rot. Jo. Dann kommt da... Was? Nein. Fail. Ah. Oh Gott, nein. Ich kann es mal ganz zurückkommen. Also. Wir fangen jetzt nochmal an. Da jetzt ein Portal. Das ist doch etwas sehr merkwürdig. Bang. So. Mach du jetzt deine Portale. So. Und diesmal überlege ich am besten, bevor ich irgendwo meine Portale hinsetze. So. Jetzt setzt du einfach nur ein... Dein dunkles Portal einfach da hin. So. So. So, geht doch. Ähm. Und ich sage einfach... Du gehst dort runter. Oder? Nein. Ich hab da ja überhaupt keine Portale gemacht. Ah. Vielleicht hätten wir das doch auf die andere Art und Weise regeln sollen. Und zwar... Also, wir hängen schnell hier fest. Warte mal. Ich hab einen Plan, wie wir es versuchen könnten. Ne, das bringt nichts. Warte mal. Lass einmal da das Portal, bitte. Ähm. Und zwar mach ich jetzt... Ja, genau. Was mach ich jetzt eigentlich? Hm. Da im Portal hin. Aus welchem Grund auch immer. Ich hab auf Models. Nein, das ist definitiv das Falsche. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz runter. Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn du jetzt da dein Rotes hast, ne? Scheiße. Ich mach das jetzt so. Und so. Ah, doch. Aua. Nein, das bringt es nicht. Ähm. Mach bitte einmal dort ein Portal... Ne, nicht Quatsch. Ähm. Doch da ein Portal hin. Oder? Komm runter. Wir machen das jetzt nochmal so. Mach du mal außen deine Portale, bitte. So. Da hell. Und da das rote. Du bitte draußen einmal. Hey. Ja, hier oben. Da. Richtig. Nein. Nein, da. So. Und da ist rot, also kommt das rote jetzt da hin. Das machst du jetzt auch. Genau. Und ich gehe jetzt einfach durch meins zurück. Bang. Ha. Wenn das kein Geniestreich war. Nach dritten Versuch. Hey, endlich. Nach dem dritten Versuch. Warum musst du schwerer ziehen? Dann kann man... Nicht unbedingt. Ach, hier ist nochmal was. So. Die Kamera ist aber groß. Ähm. Wart mal. Ah, ich habe den Plan. And I have the power. Oh. Moment. Warte mal. Aha. Ich vergaß. Da drüben liegt ja jetzt ein Kubus, ne? Dann gib mir den doch bitte mal an. Danke sehr. Verflixt. Der will nicht. Der Kubus will da nicht drauf. Ja. Okay, aber was hat sich jetzt eigentlich getan? Da ist eine Tür aufgegangen. Auf mir ein Tor. So. Du musst jetzt genau das gleiche machen, was ich gerade gemacht habe. Hey. Genau. Ich habe hier Portale hingesetzt. Ah. So. Mach halber Springer vorunter. Wieso? Aha. Passt. Mein Gott. Weiter geht's. Nächste Testkammer. Ich bin kein Mensch. Oh mein Gott. Wie kommt es die nur darauf? Sing, sing, sing. Warum sollte ich ein Mensch sein? Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. I bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Peabody. Ich habe Bock Windows zu installieren. Ich frage mich, welches OS benutzt eigentlich GLaDOS? Keine Ahnung. Linus. Wäre das nicht was? So wie der Bus oder was? Im Bus, genau. Ah. Das haben wir letztens rausgefunden. Im Bus. Im Bus wird Linux benutzt. Bei uns zumindest. Warte. Gehst du mal rüber und machst an diesen anderen Schrägen die Portale? Äh. Da hinten ist so ein Durchgang. Rechts. Da. Siehst du? Jo. Sehe ich auch so. Übrigens, wie lange haben wir noch? Ich glaube, wir sind bereits bei 11 Minuten. Kann das sein? Ähm. Ja. Das wird knapp. Also sollten wir uns jetzt bei allen weniger Quatschen einfach machen. So. Dann gehst du jetzt einfach da rüber wieder. Und machst du dahin, wo ich gerade bin. Geht aber nicht, weil da ist dieses Ding hier. Geh einfach rüber. Ich habe meine Portale jetzt gesetzt. Lauf. Lauf. Schneller. Ah, ein Schalter. Da jetzt. Genau. Und da ist noch ein Schräger. Ich habe es gefangen. Ich bin mal kurz unten, ne? Machst du wie... Was? Du hast auf den Schalter gedrückt, du Vogel. Haha, sorry. Mach mal... Hä? Wirf runter. Du Vogel. So, jetzt mach du auf die Schrägen bitte einmal deine Portale. Aber fix. Fix, fix, fix. Es kommt davon, wenn man nicht auf die Aufnahmezeit achtet, sondern nur ans Zocken denkt. Ja, ja. Merkt euch das, liebe Kinder. Das kann auch sein. Merkt euch das, liebe Kinder. Immer schön nicht an Zocken denken. Nein. Ernsthaft. So, mach eine... Zack. Sing. Ich würde sagen, für diese Folge verabschieden wir uns schon mal. Viele Grüße vom Hauke. Und ich hoffe, vom Jan auch. Jawohl. Nein! Du bist so ein Volldepp, Alter. Weißt du das? Nein! Nein, scheiße. Jetzt beeil dich. Mein Gott. Wie sieht denn das aus? Nein! Du bist so ein Idiot. Beeil dich. Nein! Es ist unglaublich. Also, egal. Ähm. Nein, also wir verabschieden uns schon mal. Nein! Du bist so doof. Weißt du das? Jetzt mach hinne. Ich weiß nicht mehr. Doch. Mach los. So. Was ist das? So. Also, jetzt zielendlich und kommen. Also, auf jeden Fall nochmal jetzt dritter Anlauf. Wir verabschieden uns schon mal und sehen uns in der nächsten Folge. Und ihr seht jetzt noch ernst verzweifelt und versucht doch noch ins Ziel zu kommen. Ich bin für Porta geimpft nicht geimpft. Übrigens kommt da schon angeflogen. So. Nein, du bist nicht angeflogen. Endlich. So. Also, wir verabschieden uns. Do. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.